Hallo und herzlich willkommen zurück, weiter geht's beim VfL in der Saison 24-25. Jetzt kleines Revierderby am achten Spieltag zu Hause. War ja Länderspielpause, zwischenzeitlich wieder gut zwei Wochen. Was da los war, zeige ich euch jetzt mal. Ja, also zuerst einmal haben wir den Rekord weiter aufgestellt und einen dauerhaften neuen Rekord so gesehen aufgestellt. Ja, nur 16 ungeschlagene Spiele, das geht in die Vereinsanhalen ein. Zudem ist Selimi, also aktuell unser absolutes Top-Talent, kann man sagen, unser richtiger Goldjunge, ist Profi geworden. Ich habe ihn jetzt auch direkt auf die Leihliste gepackt, um ihm dann halt auch in Zukunft ein bisschen mehr Spielpraxis im Profibereich geben zu können. Batista Maier, nach längerer Zeit mal wieder ein Spieler in der Elf der Woche, diesmal halt Batista Maier mit dem Doppelpack. Das war ja insgesamt ein Spiel, wo ich auch fünf Jahre gealtert bin, locker. Reserve-Ergebnis gibt es natürlich auch wieder. Bochum hat das neunte Spiel in Folge gewonnen. 2 zu 0 gegen die Rostocker Reserve und Frey hat die ersten Spielminuten gesammelt. Torschützen waren hier Jürgen Bayer und Philipp Förster. Ja, also wieder verstärkt durch Profis, die halt hier dann dementsprechend Spielpraxis sammeln sollen. Des Weiteren habe ich bei dem Thema, machen wir direkt weiter, Spielpraxis, habe ich die zweite Garde so gesehen, dann auch nochmal genommen und habe die ein Testspiel absolvieren lassen. So Breithaupt, Ramirez etc. waren da so involviert und überwiegend im Einsatz, ja wie ihr sehen könnt, 3 zu 0 gewonnen. Ja, und das war es auch schon. Gucken wir uns mal den FC Schalke etwas genauer an. Und zwar fangen wir bei den Transferaktivitäten an, haben wir einen Plus gemacht. Königstransfer, würde ich sagen, war hier der, der war ja schon in der Rückrunde vergangene Saison ausgeliehen. Die haben dann dementsprechend die Kaufoption gezogen für Yassin Adli. Sonst nicht viel los eigentlich, so Kaderbreite Transfers. Diego Leite auf jeden Fall hier noch hervorzuheben, ablösefrei, ist auf jeden Fall ein guter Transfer. Und Kadarabic hat man auch nochmal dazu geholt. So richtigen Stammspieler, wie es hier aussieht, hat man nicht verloren. Leihgeschäfte, wie es hier aussieht, oder auch Spieler einfach, die wir dann nicht mehr benötigt werden. Wie zum Beispiel hier Sebastian Polter, Kingsley Schindler ist nach Hannover gewechselt. Der zum Beispiel zur Entwicklung auch, Kerem Cialanoglu ist nach Dresden. Und die meisten Einnahmen hat man dann mit dem Verkauf von Mehmet Aydin erwirtschaftet. 2,1 fest und 2,8 kann es noch werden. Man hat zuletzt gegen Bayern gewonnen. Das ist auf jeden Fall ein richtig super Ergebnis. Also zwei Siege in Folge zuletzt. Man ist seit fünf Spielen ungeschlagen. Ist eigentlich, ja, die Vorbereitungsphase war etwas holprig, würde ich sagen. Hat man bestimmt viel ausprobiert auch. Pokal gut. Saisonstart dann, ja, stotternd. Und seitdem, ja, seit sechs Spielen jetzt sogar dann. Ne, doch, seit fünf. Hatte ich richtig geguckt. Seit fünf Spielen ungeschlagen mittlerweile. Ja, wie man sehen kann, auch hier wieder Gegenpressing. Werden aber in einer vorsichtigen Grundausrichtung agieren. Im Sturm, pressende Stürmer, wird Keketopp auflaufen. Also geht man mal von aus erwartete Taktik und auf Startformation. Der hat bisher nur Einwechslungen. Ja, also der wurde bisher nur eingewechselt halt. Zwei Scorer-Punkte bekommt jetzt mal einen Startelf-Einsatz. Den Flügeln Salazar und Bülter. Inversive Außenstimmer, die werden dann halt dementsprechend, gehe ich mal von aus, also zumindest links nach innen ziehen. Hier Flügelverteiler, Kolodzicak. Der wird es garantiert dann über die Flügel machen, das Spiel aufbauen und halt mit Flügeln versorgen. Dann sehen wir dann hier, Leite ist direkt gesetzt in der Abwehr, also zumindest in diesem Spiel. Kraus, Segundo Valente, also der zurückgezogene Spielmacher. So gesehen, die nochmal defensivere Variante spielen wir ja selber zwischenzeitlich. So, zur eigenen Formation. 4-2-4, schon eine längere Zeit nicht mehr gespielt. Auf jeden Fall eine komplette Halbserie. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass wir die in der letzten Saison in der Rückrunde gar nicht mehr gespielt haben. Ja, wird mal wieder Zeit. Dachte ich mir, habe irgendwie ein gutes Bauchgefühl alleine auch schon aus dem Scouting-Bericht über unseren kommenden Gegner Schalke halt. Dass da vielleicht 4-2-4 nicht die schlechteste Idee vielleicht ist. Ja, zumal hatte ich jetzt auch schon längere Zeit auch nicht mehr so benutzt. Und vielleicht kriege ich da auch vielleicht auch die ein oder andere Offensivoption mehr hin, sage ich mal. Also vielleicht ergibt sich die eine oder andere Chance mehr dadurch. Hatte ich ja schon mal erklärt, was ich meinte. Also mehrmals darauf eingegangen, dass wir irgendwie vorne aktuell ein bisschen Probleme haben. Und da die Grundausrichtung irgendwie noch ein bisschen finden müssen. Also mal ist es ausgewogen gut, mal spielen wir vorsichtig gut. Kontrolliert zu Beginn der Saison eigentlich ganz in Ordnung. Aber meistens ist es dann so, dass es in der Teamanalyse heißt, zu ungefährlich. Und daher denke ich mir, mit noch mehr Ruhe ist es dann vielleicht besser. Und wir spielen dann wieder ausgewogen. Ja, mal der Versuch. Kann man ja noch ändern. Aber wie gesagt, letzte Saison eigentlich überwiegend nur gute Erfahrungen mit ausgewogenem Fußball. Daher versuchen wir es mal. Alles klar, genug Blabla meinerseits. Wir gehen rein ins Spiel. Alles klar, Schalke mit dem Abstoß. Noch mal schnell kontrollieren. Leichte Vorteile zu Beginn bei Schalke. Super, Breithaupt erst mal verletzt. Ja, guter Start. Mit der Cora rein. Leichte Vorteile bei Schalke bisher. Ja, jetzt noch mal der erste Schuss für eine VfL. Ja, jetzt mal. Hoffe ich zumindest. Hangeball raus. Hasano. Blanke kommt nicht an. Mikkelsen. Hasano. Ja, stehen gut die Schalker. Auf jeden Fall dicht gestaffelt da. Ja, Apfelreihe steht hoch. Kennt man ja. Also relativ. Aber bisher stehen wir gut. Ähnliches Bild wie gerade auch. Probleme für Schalke. Da anspielt es statt Anspielstationen zu finden. Ah, Ballbesitz geht immer hin und her. Hat halt seine Phasen. Läuft durch bis zur Grundlinie. Zu weit weg der Kopfball. Vielleicht ins lange Eck. Wäre vielleicht ein bisschen gefährlicher gewesen. Aber aus dem, aus der Entfernung allgemein nicht gerade schwer. Nicht gerade leicht da noch Druck aufzukriegen auf den Ball. Dass der da so scharf aufs Tor kommt. Mikkelsen. Das war stark. Und das war wirklich richtig stark gespielt. Und das ist der Meier. Sehr schön. Hier die. Die Aktion. Die war entscheidend. Mikkelsen. Schön durchgesetzt. Gesetzt. Ja, erste richtig gefährliche Aktion. Direkt Tor. Natürlich sehr gut. Sieht man gerne. Und vor allem ist der Plan dann bisher schon mal aufgegangen. Mit dem Stoßstürmer. Jemand Schalker Fuß dazwischen bis jetzt. Also fast immer. Salazar. Aber keine schlechte Kombination. Bisher. Ich sag mal. Bisher spielt Schalke so wie wir selber. Teilweise in den Spielen. Bisschen bieder. Immer über Flanken. Kopfbälle kommen nicht genau gut noch an. Aber ist ja gut für uns. Schwer ich mich nicht drüber. Ja, bisher auf jeden Fall. CS-Duell. Jerkin-Gilb. CS-Duell auf jeden Fall. Eine gute Aktion hat gereicht. Aber naja. Ob das 4-2-4 jetzt noch. Längere Zeit in der Zukunft hat. Ich weiß nicht. Also von den Daten her sieht man es ja. Wir sind eigentlich an und für sich. Etwas stärker. Schalke mit einem Schuss aufs Tor. Passquote und so weiter. Passquote und so weiter. Wie man hier sehen kann. Geht. Mit einem Angriff sind wir nicht so gut. 70% nur. Könnte besser sein. Naja. Aber andererseits ist auch immer die Sache, wie Schalke steht. Wie dicht die Staffel. Dann findet da mal eine Anspielstation. Die Pressing-Situation. Kraus war ja bisher relativ auffällig. Da bin ich jetzt mal ein bisschen mehr drauf. Könnte schon so sein, dass er die Rolle von Register spielt oder so. So in der Richtung. So. Los geht die wilde Fahrt. Teil 2. Genau. Cherkin hatte ich vergessen mit dem Ball. Äh. Zweikämpfe. Naja. Bisher aber die... Also es macht einen guten Job bisher. Die Saison ist zwar noch früh, aber... Na. Macht er ganz gut. Dafür... Äh. Kinder macht genau die Sache, die ich mir vorgestellt habe. Wofür er eigentlich geplant war. Ah. Wieder Mikkelsen. An die Latte. Warte ein Ding. Ah. Starkes... Starkes... Starkes Ding, ne. Könnte echt eine Alternative vielleicht auch nochmal werden für den Sturm. Wolle ich da eigentlich echt überzeugt war, dass das ein kompletter links... linker Flügelspieler ist. Aber die ist dann mal ja stark. Mhm. Nach wie vor nicht so wirklich ein Durchkampf. Aber der Ansatz ist auf jeden Fall da. Also das sieht besser aus als von Schalker... Seite, die Bemühungen. Spiel wird wieder schön in die Breite gezogen. Da sieht man es nochmal. Naumhoff. Starker Reflex. Stark getan... Ah. Start. Stark gehalten. Mein Gott. Schlag auf Hinterkopf. Das ist glaube ich das Beste. Oh, Batista Meier. Super gemacht. Definitiv Spieler des Spiels. Jetzt schon, egal was passiert. Ein Tor, eine Vorlage, ein Tor. Super Spiel. Ach, Doppelpack. Was erzähl ich denn da? Doppelpacker, Batista Meier. Oh, Kicke top. Das war stark. Das war echt stark. Und Schalke wieder am Drücker. Direkt, oder fast direkt die Antwort. Der Anschlusstreffer. Ich werde doch mal pressen. Da war der Mann-Deckung. Ja, Spieler im Spielaufbau. Langer Ball, Salazar. Und Top-Eiskalt. Direkte Antwort. Bleibt eng. Bleibt definitiv eng. Auf jeden Fall die ersten 10 Minuten hat es ordentlich in sich. Mehr wie in der ersten Tagzeit. da war der Mann-Deckung. Oh. Ja. Ja. das sieht jetzt gerade nicht mehr so viel starke halten okay so war es dann noch mal wieder natürlich die alternative ja aber jetzt insgesamt so jetzt alleine vom xg wert her wäre es schon verdienter sieg knappe 20 minuten jetzt noch großzügig aufgerundet so ares wäre natürlich gewesen hätten wir schon mal nicht ich glaube im allerersten jahr da hat oehrmann sein erstes profi tor genau ausgerechnet gegen schalke geschossen so 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 also noch mal kader für asano sie tut du noch so 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 dann kommen wir zu den ergebnissen vom achten spieltag am freitag haben wir gerade gesehen 221 bochum schalke dann samstags die ergebnisse köln hertha trennen sich 222 unentschieden augsburg verliert zu hause 20 gegen wolfsburg mainz hannover 20 werder bremen eintracht 00 ordentlich rote karten dabei stuttgart leipzig 2 zu 2 der tabellenführer batzt und bayern alter schwede ein ordentlicher befreien schlag 6 zu 0 gegen leverkusen da hat es ordentlich gescheppert und am sonntag verliert hoffenheim zu hause gegen gladbach 1 zu 3 und dortmund gewinnt und macht sich verschafft sich auch etwas luft mit blick nach unten und knüpfen an nach oben so gesehen 3 zu 1 sieg gegen freiburg dadurch haben wir dann die tabelle folgendes bild und zwar sehen wir hier dann leipzig auf dem ersten platz wir sind dahinter immer noch ungeschlagen hatte ich ja schon ein paar mal gesagt ich bleibe dabei es ist einfach nur gruselig wir haben fünf punkte vorsprung vor bayern aber das ist auch nur eine glaube ich eine momentaufnahme da wird sich noch ordentlich ändern ich glaube die tabelle wird noch ordentlich durchgewürfelt werden köln immer noch sieglos nach acht spielen das sieht ordentlich nach krise aus werder so langsam ja kommt dahin wo man aufsteiger eigentlich einpendelt meistens im abstichtskampf sagt man immer wieder ne augsburg hingegen mit 14 punkten bären stark als aufsteiger vierter platz so langsam kommt der reality check sag ich mal zwei niederlagen in folge aber nichtsdestotrotz super ne also da kannst du echt nicht meckern als aufsteiger 14 punkte nach acht spielen mittelfeld ist echt prominent besetzt mit leverkusen bayern dortmund hertha stuttgart also die ganzen top mannschaften oder mannschaften die das potenzial dazu haben also von den mitteln her gerade hertha die haben ja echt finanzielle mittel ist ja nicht hier so wie eine realität dass die da ja dass das einfach ein chaos club ist hier haben die echt die finanziellen mittel liebt von jahr zu jahr und ja machen nichts draus aktuell vielleicht in diesen so in dieser saison naja gut dann will ich mal mit meinen weißheiten jetzt hier aufhören wünsche euch noch einen schönen tag oder abend und bedanke mich auf jeden fall auch für die unterstützung tschüss bis dann